Ein berüchtigter Waffenhändler lädt seine Kunden zum Gala-Dinner. Wer ist das denn? Er macht denn den Kochschutz vor Waffen-Auktion. Können wir einfach den Koch aussuchen? Falsche Köche. Wenn das mal gut geht. Gegen böse Guten. Heute gräbt der Chef mal selbst. Alarm für Cobra 11. Die neuen Folgen. Donnerstag, 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017